Gemeinsam sehen wir uns eine praktische On-Page-Checkliste an und besprechen, was sich durch die Google-Leaks und AI-Overviews geändert hat. Die Checkliste gibt es dann als Download in der Beschreibung. Viel Spaß! Wir gehen die SEO-Checkliste Punkt für Punkt durch. Alles, was selbsterklärend ist, lasse ich so stehen. Komplexes oder Neues erkläre ich im Detail, teilweise mit einem Beispiel. Lass uns rein starten. 1. Snippet, H1-Überschrift und URL Befindet sich das Fokus-Keyword im Title-Tag und in der H1-Überschrift? Sind Title-Tag und H1-Überschrift identisch? Verhindert Umformulierung von durch Google. Dieser Punkt ist ganz, ganz wichtig, wenn du Probleme damit hast, dass Google deine Title-Tags umschreibt, dann ist sehr oft die Lösung einfach Title-Tag und H1 identisch zu machen und dann ist das Thema erledigt. Steht das Fokus-Keyword möglichst am Anfang des Title-Tags? Bietet der Title-Tag einen einzigartigen Klickgrund? Und dieser Punkt ist wieder sehr, sehr wichtig. Was SEOs gerne machen ist, sie sind Optimierer. Das heißt, sie sehen sich an, okay, die Konkurrenz hat diesen Title-Tag und dementsprechend der funktioniert gut. Ich kopiere diesen Title-Tag. Ist natürlich nicht so schlau, wenn wir Ergebnisse haben, wo es darum geht, hey, ich will hervorstechen, ich will eine überdurchschnittliche Klickrate zu haben, ich muss mir einen einzigartigen Klickgrund für mein Unternehmen überlegen, um eine Überperformance zu kriegen oder ich bin eine starke Marke und dann übernimmt die starke Marke diese Rolle. Ist der Title-Tag unter 60 Zeichen lang? Ist die URL kurzsprechend und enthält das Keyword? Ist das Fokus-Keyword in der Meta-Beschreibung enthalten? Ist die Meta-Beschreibung ein Teaser für die Seite? Ganz, ganz wichtig! Sehe ich in der Praxis am alleröftesten, dass Menschen nicht verstanden haben, was das Ziel der Meta-Beschreibung ist. Die Meta-Description ist kein Ranking-Faktor, aber sie ist ein Klick-Faktor. Und dementsprechend ist sie nicht der Content, das heißt, was ganz viele machen würden, sie würden diesen Text nehmen und das ist die Meta-Beschreibung, aber eine Meta-Beschreibung ist als Werbung für den Artikel zu sehen, als Anzeige. Das heißt, als Beispiel, was ist Google SGI? Welche Auswirkungen hat die Search Generative Experience auf SEO? Und dann einfach Sachen, Aspekte hervorheben, die User spannend finden. Wenn du diesen Content geschrieben hast, solltest du wissen, was User besonders anspricht und das in der Meta-Beschreibung hervorheben. Ist die Meta-Beschreibung unter 155 Zeichen lang. Fertig haben wir den ersten Abschnitt gemeistert. Ist die HTML-Überschriften Struktur korrekt? Hier, du kannst dir das Template ja dann herunterladen, ist dann verlinkt, was das bedeutet und welche Regeln du befolgen solltest. Wird die primäre Suchintention auf den ersten Blick bedient oder angesprochen? Das sollte man näher definieren. Manchmal kann man die primäre Suchintention nicht sofort abdecken. Du willst aber dann zumindest vermitteln, dass auf dieser Seite die Suchintention dann bedient wird und dass der User zufrieden ist und auf dieser Seite sein Ziel erreicht. Entweder kannst du sofort im Blickfeld eine Kurzantwort liefern, die die erste Frage mal beantwortet, oder du sagst, hey, dieses komplexe Ding wird hier beantwortet. Dann startet jedes Kapitel mit einer einfachen und klaren Kurzantwort auf die jeweilige Kernfrage. Und das ist essentiell im Kontext mit AI-Overviews. Wir kennen schon, okay, am Anfang kommt das Wichtigste, vielleicht eine kurze Zusammenfassung oder eine Kurzantwort ja, aber wir wollen dieses Pyramidenprinzip immer wiederholen in jedem Kapitel. Eine kurze Kernaussage, Kernantwort, die dann auch in Featured Snippets, aber auch in AI-Overviews zitiert werden kann und dann stauchen wir in die Komplexität ein. Ganz, ganz essentiell. Dann bleibt die Seite bei ihrem Kernthema. Wir haben ja gelernt im letzten Google-Leak, also der API-Leak, dass Google darauf achtet, bleibst du bei deinem Kernthema auf dieser Seite. Sollte es sich um lange Inhalte handeln, gibt es ein übersichtliches Inhaltsverzeichnis. Was viele SEOs nicht verstanden haben, ein Inhaltsverzeichnis ist nur so gut, wie du das dann mit der Überschriftenstruktur machst. Das heißt, in diesem Fall, was meine ich mit einem übersichtlichen Inhaltsverzeichnis? Wie hier, einfach jeder Punkt sagt ganz klar, ich habe jetzt gerade ein Beispiel im Kopf, wo jede Überschrift dann ungefähr 15 Wörter hat und das dann als Inhaltsverzeichnis. Da brauche ich kein Inhaltsverzeichnis, das ist ja allein schon wieder ein Text. Nein, 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 lass das sein. Kommen wir zum Thema Keywords, das einzige und Lieblingsthema jedes Oldschool-Seos. Ich weiß, dass es jetzt enttäuschend ist, dass dieses Kapitel so kurz ist, aber es ist einfach nicht so wichtig. Ist das Fokus-Keyword in den ersten 100 Wörtern enthalten? Wurde das Fokus-Keyword in mehreren H2-Überschriften eingefügt? Kommen Variationen und Sekundär-Keywords in anderen H2-Überschriften vor? Werden Fokus-Keywords, Variationen und Sekundär-Keywords natürlich im Inhalt verwendet? Nein zu Keyword-Dächte, nein zu WDF, IDF. Es geht um Prominence, um an prominenten Stellen seine Keywords zu verwenden. Wenn du einen guten Text schreibst, dann verwendest du automatisch semantisch die korrekten Begriffe. Lass dir nicht einreden und dieses Vote soll 13 Mal vorkommen, damit wir ranken können. Ganz ehrlich, jeder schafft es auf die erste Seite. Wie kommst du ganz nach vorne über Nutzersignale? Und was braucht es für Nutzersignale? Einen tollen Text, keinen WDF, IDF-optimierten Text. So, dann kommen wir zu Medien und das ist auch wieder erklärungsbedürftig. Wurden einzigartige Bilder und Grafiken verwendet? In einer kürzlichen Studie von Cyrus Shepard haben wir gelernt, wie krass der Faktor Stockfotos ist. Also, wie negativ Stockfotos sich auf deine Rankings auswirken werden. Das heißt, dementsprechend sollte es Teil von On-Page-Optimierung sein, dass du einzigartige Bilder und Grafiken im Content einbaust, um die Nutzersignale zu verbessern, um nicht diese negative Stockfotoflag zu triggern und einfach um gute SEO zu machen. Dann wird jedes Bild im Alt- und Title-Attribut klar beschrieben. Hier auch wieder, nicht extrem Keyword-optimieren in deinen Alt-Attributen, sondern wir wollen eine barrierefreie Seite bauen und dementsprechend wollen wir das Bild erklären. Was passiert, wenn man ein Bild erklärt? Es ist auch semantisch gleich perfekt optimiert für die Seite und dieses Thema dreht sich sowieso nur um Barrierefreiheit auf dieser Seite und falls es für dein Unternehmen überhaupt wichtig ist, dass du gut in der Bildersuche rankst. Die Seite selber rankt nicht wirklich besser, weil du Keyword-optimierte Alt-Attribute hast. Dann Verlinkungen. Verlink diese Seite auf den zentralen Haupt des Themenclusters. Es ist jetzt davon auszugehen, dass du irgendein Konzept hast, wie deine Inhalte strukturiert sind und ich vermute mal, wenn du diesen Channel schaust, dass es Themencluster sind und die Annahme hier ist, dass wir jetzt einen Cluster geschrieben haben und nicht einen Pillar oder Spoke und nicht einen Hub. Hier ist es wichtig, wenn du aus Spoke schreibst, willst du dich vom Spoke auf den Hub verlinken. Dann wollen wir natürlich von dieser Seite auf andere Seiten im Themencluster verlinken, um die Relevanz weiter zu steigern und, was wir auch im letzten Leak gelernt haben, auch was generell wichtig ist, entsprechen die Ankertexte, die Suchintentionen der verlinkten Seiten. Das heißt, wenn ich eine Seite habe über Google SGE, dann will ich diese Seite verlinken mit Ankertexten wie Google SGE, Search Generative Experience. Vielleicht, aber wirklich vielleicht noch mit AI-Overview, aber das ist ein wichtiger Faktor, weil im Leak sieht man, wenn du keinen relevanten Ankertext hast für die verlinkte Seite, dann ignoriert Google diesen Link mit einer gewissen Verwahrscheinlichkeit. Dann dieser Punkt, wieso gibt es da überhaupt sonstiges? Weil ich mir nicht sicher war, wo ich den einbauen würde, enthält diese Seite klare Hinweise darauf, dass einzigartige, persönliche Erfahrungen genutzt wurden, um den Inhalt zu erstellen. Was haben wir zum Beispiel in der Studie von Cyrus Shepard gesehen? Dass, wenn solche Sachen im Text vorkommen, dann hast du tendenziell weniger Risiko gegenüber zum Beispiel so etwas wie Helpful Content Update. Ist das jetzt, weil in dem Text ich und wir vorkommen und Google auf das achtet? Wahrscheinlich nicht, sondern eher, weil es den Leser mehr anspricht, die Nutzersignale besser sind und dementsprechend bist du geschützter vor Updates. Also nicht jetzt, dass du anfängst zu optimieren, oh, das Wort ich sollte 23,9 Mal im Text vorkommen. Nein, 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 nein. Es ist immer voll schwierig zu unterscheiden. On-Page SEO und Content, prinzipiell ist es miteinander verbunden. Ich habe versucht, das zu trennen, aber ich hoffe, dass es mir einmal gelungen ist. Ich freue mich gerne über Feedback in den Kommentaren. Wir haben jetzt mal das vorbereitet. Wir publizieren das. Was machen wir nach der Veröffentlichung? Da gibt es noch ein paar wichtige Schritte. Nämlich wurde vom zentralen Hub des Themenklasses auf diese Seite verlinkt. Wenn man davon ausgeht, dass wir einen Spoke geschrieben haben, sonst ist es eh wieder anders. Wohnverlinkungen von mindestens drei weiteren Seiten des Themenklasses sind zugefügt. Wohnverlinkungen von anderen hochrelevanten Seiten zu dieser Seite hinzugefügt. Und wir schauen wieder, ob die Ankertexte der Suchintention der Seite entsprechen. Warum ist das wichtig? Weil wir publizieren auf unserer Seite eine neue Seite. Das heißt, typischerweise, wenn du eine normale Webseite hast, dann kriegst du das in irgendeine Übersicht einmal rein und kriegst einen Link. Aber es wird nicht sehr viel mehr Internetlinks kriegen. Das heißt, die Seite ist ein bisschen vom Fluss weg. Und hier bauen wir zum einen Links auf diese Seite. Das heißt, wir pushen Linkjuice zu dieser Seite. Zum anderen können wir mit den Ankertexten schon mal vorsteuern, für was diese Seite ranken sollte. Natürlich ist die Seite selber On-Page optimiert. Aber wir können nochmal nachsteuern, wie Google das wahrnimmt, diesen Relevanzfluss. Dann wurde die Seite einem existierenden Autor zugewissen. Gegenteil, Redaktion. Ich glaube, dieser Punkt ist etwas erklärungsbedürftig. Es ist mir schon öfter passiert, dass Kunden von uns wollten, dass fiktive Autoren eingeführt werden. Nein, nein, nein. Machen wir nicht. Und was wir ja im letzten Leak auch gesehen haben, ist, dass Google massivst auf Authorship achtet. Auch wenn es dieses alte Oldschool-Seo-Konzept Authorship nicht mehr gibt, achtet Google auf Autoren als Entitäten. Und wenn ein Autor viel schon publiziert hat, viel Autorität zu einem Thema, dann wird dieser Content auch wieder besser ranken. Dementsprechend ist es wichtig, wenige qualifizierte Autoren zu verwenden versus du publizierst jeden Artikel unter Redaktion. Und wenn Artikel nur unter Redaktion publiziert werden, dann heißt das ja schon, dass niemand mit seinem Namen für diesen Content stehen will. Und wieso sollte man diesen Content dann überhaupt publizieren? Also man sollte Content publizieren, auf den die Person dahinter stolz ist. Wenn es nicht der Fall ist, würde ich es einfach nicht publizieren. Ist schon ein gutes Auswahlkriterium. Dann wird das Aktualisierungsdatum angezeigt. Ist auch wieder voll wichtig. Wir haben im letzten Leak gesehen, hey, Google achtet auf drei Ebenen aufs Datum und gleicht das alles ab und das Datum ist ein massiver Ranking-Faktor. Und es schaut auch an, ob wenn du etwas aktualisierst, ob du das wirklich aktualisiert hast oder nur das Datum verändert hast. Hier ist es wichtig, dass du darauf achtest, dass du bei einem Artikel nicht nur das Veröffentlichungsdatum anzeigst, sondern idealerweise kein Veröffentlichungsdatum, sondern wann wurde dieser Artikel das letzte Mal aktualisiert. Und zu guter Letzt, aber trivial, wurde die URL an den Suchindex von Google gesendet. Damit kannst du einfach dafür sorgen in der Google Search Console, dass die Seite schneller indexiert wird. Schneller indexiert heißt, früher Ergebnisse. Und früher Ergebnisse, also ich will das, unsere Kunden wollen das, ist wichtig. Damit sind wir schon fast wieder am Ende. Diese Checkliste gibt es in der Beschreibung einfach herunterzuladen. Viel Spaß damit! Ich würde mich wahnsinnig freuen über zusätzliche Inputpunkte, die gefehlt haben und so weiter. Natürlich sind ein paar Punkte nicht drin, aber das ist einfach, weil die meiner Meinung nach nicht so wichtig waren oder in das Thema Content mehr reinfallen. Aber ich freue mich voll da über Feedback, um das einfach noch weiterzuentwickeln. Und vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!